Dann herzlich willkommen zur letzten Pressekonferenz der Saison vor unserem Heimspiel gegen Viktoria Köln. Anpfiff ist morgen schon um 13.30 Uhr, nicht um 14 Uhr. Vielleicht noch mal ganz wichtig. Stadionöffnung 90 Minuten vor Spielbeginn, also um 12 Uhr. Es gibt einige sehr wenige Restkarten für den Heimbereich. Also bewegen wir uns tatsächlich im unteren zweistelligen Bereich. Ich gehe davon aus, dass das auch relativ schnell dann ausverkauft sein wird. Gäste, Fans rechnen wir 100 bis 150, die aus dem Rheinland ihre Mannschaft hierher begleiten werden. Und es wird keine Tageskassen am Spieltag geben. Für alle, die nicht im Stadion dabei sein können, wird die Begegnung neben Magenta auch im NDR live übertragen. Michael, der Aufstieg liegt fast eine Woche zurück. Lass uns mal so ein bisschen Revue passieren, wie die Woche so verlaufen ist. Und wie vielleicht auch die Vorbereitung ein bisschen mit dem Augenzwinkern auf das Spiel gegen Köln gelaufen ist. Ja, hallo in die Runde. Es ist natürlich eine schöne Woche, die haben wir gehabt. Auf jeden Fall ist eine Woche her jetzt oder seit Sonntag. Samstag war es noch sehr trübe, die Stimmung nach der Auswärtsniederlage auch. Wir sind nochmal top zurückgekommen. Wir haben dann leider zu schnell auch das Tor bekommen und das auch noch in Überzahl. Haben aber trotzdem auch super analysiert, so wie wir es jedes Mal gemacht haben. Auch uns gleich auf die neue Woche eingestellt, auf das neue Spiel, auf den zweiten Matchball auch eingestellt. Gar nichts zu anderen Mannschaften oder gesagt oder was heute an dem Nachmittag noch passieren können hat. Sondern ganz normal unseren Gang gemacht, auch die Jungs sauber mitgezogen. Ja, und dann ist es natürlich so gekommen, wie es gekommen ist. Haben wir natürlich auch gerne mit. Auch wenn es dann viele, oder man heißt ja vom Sofa aus, aufgestiegen ist. Aber trotzdem muss ich sagen, dass wir immer Druck gemacht haben, dass die Mannschaft immer Druck gemacht hat von hinten. Dass ich glaube auch, letztendlich, wenn du aufstehst, hast du das dann auch verdient. Und das am zweitletzten Spieltag schon und wir dann auch mal Nerven verloren haben in manchen Spielen oder die Lockerheit verloren haben. Aber dann auch das Top durchgezogen haben. Die Woche war natürlich dann ab Sonntag zwei, drei Tage, wie es auch sein muss. Ein bisschen feuchtfröhlicher, viel feiern. Natürlich auch mit den Fans zusammen hier im Stadion war es super, dass da so viele da waren. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ich habe es da schon gesagt, dass ich glaube, mehr Zuschauer da waren, Fans da waren, die den Aufstieg dann auch mitgefeiert haben, wie in manchen anderen Drittliga-Stadionen zum Spieltag kommen. Da waren so viele Emotionen drin von der ganzen Mannschaft. Jeder war richtig gut bedient. Und am Mittwoch haben wir es dann natürlich auch wieder aufgenommen auf das morgige Spiel. Dann erst mal ein bisschen locker. Gestern war dann auch eine ganz ordentliche Einheit wieder. Sie sind jetzt nicht mehr so auf den Gegner eingegangen oder eigentlich noch gar nicht auf den Gegner eingegangen. Die haben sie auch letzte Woche mit ihrem Sieg dann auch ihren Beitrag für uns dann auch zugetan. Und somit haben wir morgen ein schönes Spiel hier. Und lassen wir uns mal überraschen. Dann blicken wir mal auf morgen. Genau, die Frage nach dem Gegner spare ich mir dann an der Stelle auch. Beide Mannschaften haben ihr Ziel erreicht. Es wird, denke ich, ein schönes blau-gelbes Fußballfest dann hoffentlich auch vor ausverkauftem Haus. Vielleicht das noch als Info vorneweg. Wir werden morgen Spieler verabschieden. Namen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Da einige Gespräche noch laufen. Also wir werden die morgen verabschieden, die uns ganz sicher dann auch zum Saisonende verlassen werden. Ja, blicken wir auf dieses Fußballfest morgen. Wie groß ist die Vorfreude, dass man es vielleicht dann auch ein Stück weit genießen kann, ohne den Druck zu haben. Ja, eben auch für beide Mannschaften. Und es ist ja dann auch eine ganz nette Randgeschichte, dass es dann die Kölner sind, die dann auch hier zu Gast sind, denen wir das ein Stück zu verdanken haben vielleicht. Zumindest jetzt am Ende hinaus dann, also dass es letzte Saison gekommen ist, können wir es verdanken. Die Köln, kurz noch eingehen, Köln spielt einen fantastischen Fußball schon die ganze Saison. Wir wussten, dass es auch im letzten Spieltag verdammt schwer wird. Wir haben es da im Dezember, wo wir oben dann so einen Last-Minute-Sieg erreicht hatten, mit dem Schlusspfiff auch schon sehr, sehr, ja, vor große Aufgaben gestellt worden, nennen wir es mal so. Und es wird morgen oder wäre morgen wieder so gekommen oder wird morgen auch wieder so kommen. Und trotzdem soll es ein Fußballfest werden, ein Blau-Gelbes, wie du schön gesagt hast, Fußballfest. Auch das Stadion soll voll sein. Die sollen, ja, Vollstimmung machen. Das wird auch vielleicht ein bisschen ein offenes Spiel dann auch, wo die Mannschaft ihren Teil dazu beitragt. Aber wir genießen das natürlich morgen, wollen uns aber auch gut verabschieden, gut zu Hause verabschieden, positiv verabschieden auch, auch nochmal punkten auf jeden Fall. Aber natürlich dann diese Emotionen, was dann morgen auch in dem Spiel drin sind, was nach dem Spiel drin sind, was die Mannschaft, was das ganze Staff, Trainerteam, da auch nochmal ein herzliches Dank. Dankeschön an Trainerteam, an Staff, von dem Betreuerwerk über die Physios. Aber natürlich auch an die Mannschaft, weil was die geleistet hat dieses Jahr, nie locker gelassen, nie locker gelassen, immer weiter gemacht, weiter gemacht. Und haben da auch den Glauben und die Dynamik dann entwickelt, dass das schon frühzeitig, dass da was Großes passieren kann. Vielen Dank dafür. Und das wollen wir morgen natürlich dann mit dem Tempel, mit allen, die da sind, gebührend feiern nach dem Spiel und die Emotionen freien Lauf lassen. Dann blicken wir trotzdem nochmal einmal aufs Personal. Gibt es Überlegungen, ein bisschen auch Jungs vielleicht Spielzeit zu geben, die nicht so viel im Einsatz waren? Wer wird vielleicht auch definitiv ausfallen? Ich kann es doch nochmal in zwei Sätze zu sagen, bitte. Ja, man macht immer Überlegungen, dass am letzten Spieltag dann, wenn alles gelaufen ist, dass du die und die spielen lassen kannst. Aber die Mannschaft, die dann jetzt aufgestiegen ist, die will natürlich auch wieder auf den Platz, wenn das letzte Heimspiel ist. Wenn es vielleicht auswärts gewesen wäre, hätte vielleicht der ein oder andere dann das Zwicken mehr gehabt. Aber es wird auch definitiv, der Jan-Hendrik Marx wird ausfallen. Der hat Sehne angerissen, aber nur hier im Ellbogen oder Band angerissen. Ist jetzt einfach auch eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn es um etwas gehen würde, können wir ihn schon nochmal rausschicken. Yannis Nicolaou hat so einen ganz roten Hals. Ich glaube, das wird dann von morgen auch nicht reichen. Aber somit kommen zwei neue rein, vielleicht auch drei neue rein. Wir werden auch früher wechseln. Du hast ja schon gesagt, der ein oder andere Spieler wird auch verabschiedet. Die wollen auch nochmal sich dann hier zeigen oder das Gefühl dann auch mitnehmen. Und schauen wir dann, was heute nach dem Training dann auch noch alles da ist. Und ja, verkürgt auch jeder. Wir können leider nur fünfmal wechseln. Also das ist ja schon mal gut. Torwart kann man überlegen. Yassi sagt, der hat jetzt auch viele Spiele gemacht. Aber das machen wir dann morgen und dann schauen wir, wer alles da ist. Vielen Dank. Dann eröffne ich die Fragerunde. Kurzes Handzeichen und Cedric kommt mit dem Mikrofon. Daniel Mau. Jetzt zum Abschluss nochmal, Daniel. Ja, viele Fragen bleiben nicht mehr. Viel wurde ja auch schon gefragt die letzten Tage. Vielleicht eins am Rande. Peter Vollmann hat, glaube ich, oder habe ich mit ihm darüber gesprochen, über so ein kleines Geschenk. Also nicht auf dem Platz für Viktoria Köln, sondern habt ihr euch was überlegt? Stellt ihr euch eine Kiste Bier in die Kabine? Oder sagt ihr, naja, die haben es ja auch ein bisschen aus Eigeninteresse gemacht, dass sie da gewonnen haben gegen Kaiserslautern? Ja, ich glaube, dass da am Spiel bestimmt was passiert oder vielleicht schon vor dem Spiel. Ja, ich werde natürlich morgen auch mit Olaf Janssen sprechen. Ich glaube, dass wir gemeinsam oder beide Mannschaften auf eine erfolgreiche Saison dann auch anstoßen können. Und dann ist es egal, wo die Kiste Bier steht. Und von dem her genießen wir das zusammen. Weiterer Fragen? Nicht mehr? Alles beantwortet? Doch, Frank Hornert. Es gibt ja noch eine Kleinigkeit. Denn wenn ihr morgen gewinnen würdet, hättet ihr eine legendäre Zahl erreicht. Richtig. Ist das im Bewusstsein? Sagt man dann nochmal, Mensch, das wäre nochmal die Kirsche auf der Sahne? Torte auf der Sahne, Torte. Ne, also wir wollen schon punkten, dreifach punkten, weiß ich, dass wir dann die 67 haben, habe ich auch schon im Kopf gehabt. Hat mir auch schon jemand mal ein paar Nachrichten geschrieben und ich glaube, dass die wollen nicht lockerlassen, der Gegner. Die hatten auch so eine lockere Woche wie wir jetzt. Aber wir wollen gewinnen und wir werden auch so reingehen in das Spiel. Und es wäre dann umso schöner, wenn das so kommen würde. Danima. Du hast es gerade schon gesagt, also wahrscheinlich offenes Visier. Wie geht man das als Trainer an? Sagt man Jungs, heute Gas, bis es geht? Oder sagt man auch mal, naja, wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwie vier Gegentore kassieren? Also so ein bisschen Struktur müssen wir noch haben. Wie findet man da die Balance? Ja, Struktur gehört schon dazu. Ich glaube, Gas hoffe ich, dass man die letzten Spiele auch gemacht hat, bis es nicht mehr geht. Du hast ja diese Spielweise, was du jede Woche dann auch hast oder die Philosophie, was du jede Woche hast, das ist ja auch jetzt in der Mannschaft schon implementiert und so werden wir es auch angehen. Aber ich denke, dass das ein oder andere, der Ball dann wahrscheinlich auch besser laufen wird, ohne Druck dann auch. Und vielleicht der ein oder andere mal nicht so nach hinten läuft, aber dann gibt es eine entsprechende Anzeige. Und dann wird er schon auch wieder diese Meter, was wir immer verlangen, was wir immer verlangen und verlangt haben, auch machen. Dann schaue ich nochmal, weitere Frank-Warnert nochmal. Gibt es denn schon einen Tipp, wer in der Relegation gewinnt? Nein, würde ich mich jetzt auch nicht. Guckt man das wahrscheinlich an von zu Hause oder vor Ort mal, aber wir sind immer froh, dass wir es nicht sind. Sieht nicht mehr so aus. Dann vielen Dank und wir sehen uns morgen. Dann vielen Dank.